Ich bin Marianne Weber, eine von sechs im Team der HSL, Hörmedienproduktion in Kreuzlingen. Kaum sehen wir, lügen wir. Kaum hören wir, lügen wir. Kaum riechen wir, lügen wir. Kaum schmecken wir, lügen wir. Kaum fühlen wir, lügen wir. Es gibt etwa 100'000 Neuerscheinungen im Deutschsprachigen Raum. Nur deutsche Bücher pro Jahr. Von denen sind keine 10 % zugänglich für die Blinden und Sehbehinderten. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Wir lesen im Moment etwa 50 Bücher pro Jahr und hoffen, dass wir das auf etwa 100 Bücher steigern können. Wir lesen grundsätzlich Änder- nischen Produkte als Mainstream, Bücher aber aus der ganzen Welt, mit dem Fokus auf Schweizer Literatur. So können die Blinden und Sehbehinderten teilhaben an der literarischen Kultur und haben Zugang zum gesellschaftlichen Diskurs. Er brauchte keine Luft zum Atmen. Er brauchte nichts zu essen. Er brauchte nichts zu trinken. Er brauchte nichts zu schlafen. Er brauchte seinen ganzen Körper nicht. Uns ist wichtig, dass wir Hörwünsche realisieren. Also Blinde dürfen uns sagen, was sie gern von uns aufgelesen möchten. Und dann lesen wir die Bücher für sie. Dank des Wisslos können wir unser Angebot an Hörbücher für Blinde und Sehbehinderten weitergeben. Wir lesen. Wir lesen. Wir lesen. Wir lesen. Wir lesen.